Hallo, heute ist Premiere im Katzbach. Das erste Rostfrei Video wird gedreht. Alle haben mega Spaß. Wir wollen euch mal ein bisschen zeigen, was hier so los ist. Immer schon Profimäßig. Hier sind schon die ersten Darsteller. Freunde noch mal fürs Making-off hier noch ein bisschen lachen, ein bisschen grinsen und sagen, das ist super, ihr macht total Spaß. Patrick, wie geht der Text? Hüpfen, 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 springen. Hüpfen, 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 springen. Hier, ein bisschen Stimmung. Putsch, Putsch, du blöde Mann, Putsch. Kommt doch auf den Hohl, Sänger. Die Band braucht keine Sau. Wir sind ständig an Wiederholen, die wollen uns doch komplett verkohlen. Was hat das denn vorhin für den Vorschlag? Können wir den nochmal aufgreifen? Titten. Ich wollte ja mal Schlagzeuger werden, aber der Posten war relativ schnell vergeben. Wir wollen ja einen Grammy damit, einen Granny wollen wir damit spielen. Zeig mal was so ist da, also freundlich. Aber das ist geil, die ist... Hört sich scheiße an und zieht aus, kackt! Jetzt mal auf zu filmen hier. Ein bisschen Blutstiegel. Aber auch so. Ach, also... Aber mit Zunge dann eher, oder? Erode? Erode! Keine Zunge! Keine Zunge! Drei, zwei, drei, vier... Das hab ich tausendmal gehört! Und dieser Text ist voll gestört! Mit Metallverzwege schlupfen ist es total geil! In Befreiheit, in die Seele und im Kopf geht's richtig steil! Wuhuuu! Yeah! Schon ein bisschen unprofessionell, wenn man vor einem Abend richtig tankt und dann hier zum Videodreh kommt. Hallo! Heute ist Ross bei Video Tag 3. Wir sind mit Herrn Münnen bei unseren Freunden von Jugo Nauti, beziehungsweise Übergang. Wir fangen immer früher an zu trinken. Es wird langsam Zeit, dass wir auch zum Ende kommen mit dem ganzen Video. Im Hintergrund habt ihr das vielleicht schon kurz gehört. Wir sind schon voll dabei und wir gucken mal, was das ganze Resultat dann so bringt. Wir sind auch noch Kakel auf. Die sich in dich dann wiederholen. Die Wege zu dem Nächsten schießt. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.